In diesem Video zeige ich dir wie du ein gratis Lego Skin bekommst in Fortnite. Also bleib bis zum Schluss dran, lasst ein Like da und abonniere meinen Kanal und tag unbedingt meinen Creator Code Roxas im alten Job ein für den maximalen Support. Weil ich auch ein Ehrenmann bin verlose ich in diesem Video einen Battle Pass. Lass mir den schreib so oft wie du kannst. Deine Epic Games Name in die Kommentare. Und mit viel Glück wirst du einen Battle Pass kostenlos von mir bekommen. Und jetzt let's go mit diesem Video. Den Link zu der Webseite findest du unten in den Kommentaren. Also scrollen da unten und da findest du den Link und da kannst du dich anmelden. Hier steht schon Lego Fortnite. Das wird ein spannendes Abenteuer. Wie wir sie hier sehen gibt es hier ein Open World Lego Fortnite Match. Irgendwie sehr sehr interessant und natürlich gibt es hier natürlich ein perfektes Video dazu wie Lego entsteht. Der Dreiler ist auf jeden Fall mega nice. Wenn wir jetzt weiter runter scrollen, sehen wir erst mal ganz viele Wede Deinen Ziel. Wir haben, wir haben ikonische Vorteile aus dem Nidego Figur angepasst, verpasst, bla 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 bla. Alles uninteressant, wir scrollen weiter nach unten. Dann steht hier schon, verlink dich mit uns. Also Fortnite, also besser gesagt Epic Games, verlink dich mit Lego. Wenn wir hier runter gehen, steht hier schon Schritt 1, melde dich bei Lego an. Das machen wir jetzt. Ich zeig euch mal wie das ungefähr so geht. Ich mach euch daraus ein Tutorial, dass ihr auch mal bescheid wisst. Dann stehen wir jetzt anmelden. Aber wir wollen uns da registrieren, deswegen scrollen wir ein bisschen runter. Und hier steht schon, hast du dich angemeldet, bla bla bla. Wir wollen uns da registrieren, deswegen registrieren wir uns. Erstelle ein Lego Konto. Das machen wir jetzt. Und hier stehen wir doch schon. Ich melde mich direkt an mit meiner Gmail. Also ich stecke hier einfach oben ran und dann macht er das schon automatisch. Dann spare ich mir Arbeit. Dann kommt hier eine Frage. Erlinke mit. Wenn du bereits einen Lego Account hast, dann kannst du den mit deinem Google Konto verknüpfen. Wenn nicht, erstellt ihr einen neuen Lego Account. Wir erstellen uns einen neuen Lego Account. Hier müsst ihr dann eure Adresse eingeben. Alles mögliche. Besser gesagt, Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Land und Ethik. Das machen wir jetzt. Let's go. Jetzt hat er uns an unsere E-Mail-Adresse einen Code gesendet. Besser gesagt, einmal einen Bestätigungscode, dass es wirklich unsere Adresse ist. Dafür müssen wir jetzt auf Gmail gehen. Besser gesagt, wo eure Gmail ist. Da müsst ihr erst rauf gehen und bei eurem Ordner halt gucken, wo hier E-Mails stehen. Dann ist hier schon ein Aktivierungscode. Bitte aktiviere deinen Account. Das kopieren wir und fügen den bei Lego ein. Wenn wir das gemacht haben, erhalte ein paar Narachricht und blablabla Angebote. Vielleicht später, denn wir wollen ja keine Werbung von Lego haben. Wenn wir weiter sind, seht ihr schon, ich bin fertig mit meinem Lego Account und bin jetzt in Lego angemeldet. Und jetzt müssen wir nur unseren Lego Account mit Fortnite, besser gesagt mit Epic Games, verknüpfen. Und das geht ungefähr so. Dafür müssen wir zurück auf die Anfangszeitung. Hier steht schon Schritt 2. Verknüpfe dein Epic Games Konto mit Lego. Dann gehen wir jetzt hier rauf auf Epic Games und hier lädt schon die Seite. Das verknüpfen wir jetzt mit Lego. Keine Ahnung, warum die Seite das gerade nicht funktioniert. Wir aktualisieren die mal. So Freunde, ihr müsst ganz einfach, ich zeige es euch nochmal ganz kurz, einfach Epic Games Lego eingehen, weil die Seite leider nicht auf der Epic Games, also besser gesagt auf der Lego Seite nicht funktioniert. Dann geht hier rauf auf die Seite. Da steht hier schon, verknüpfe es mit deinen Dings und Dings, blablabla. Dann gehst du hier oben auf das Manneken, dann scrollst du runter auf Konto und dann öffnet sich die Kontoeinstellung. Dann scrollst du runter auf Anwendungen und Konto und verbindest dein Lego Konto damit und dann bekommst du ein Gratis-Skin von Lego. Ihr seht hier schon, verbinde dein Lego Konto, Konto verknüpfen, fortfahren und jetzt ist mein Lego Konto mit Epic Games verknüpft. Zulassen natürlich, damit wir auch natürlich den Lego Skin bekommen. Wenn ihr das gemacht habt, habt ihr das abgeschlossen und ihr seid mit Lego verknüpft und bekommt ein Lego Skin. Als Beweis gehen wir natürlich jetzt auch in Fortnite rein. Und wie wir sehen, haben wir hier ein Geschenk bekommen von Fortnite. Ich drücke mal hier auf Ausrüsteln und dann seht ihr, dass wir den Skin bekommen haben, meine Freunde. Den können wir vielleicht erst mal nicht auswählen, weil der Skin noch nicht im Game veröffentlicht ist, weil der kommt ja erst rein, wenn halt Lego existiert und Lego kommt erst ein paar Tage rein. Wie man sieht aber, wir haben den bekommen, Fortnite hat den uns gegeben, wir haben bloß den Skin nicht gesehen. Und wenn die Lego Map kommt in drei Tagen, dann bekommen wir auch den Skin, meine Freunde. Lasst gerne einen Like da, abonniert den Kanal, tragt gerne meinen Kreativ-Kurte ein. Und das war es heute von mir, tschö, mit Öl und ich würde sagen, haut rein. Das war es heute von mir, tschö, mit Öl und ich würde sagen, haut rein.